Genau, die zu fahren wird auf alle Fälle ein bisschen dauern. Ach gut, ich meine, wir brauchen jetzt zwei Teile. Das ist machbar. Eins ist halt weiblich. Weiß ich jetzt nicht, ob das Sinn macht. Keine Ahnung, wie viel das es kostet, umzutransen. Einen Knuckle haben wir, oder? Ach nee, wir haben nur einen Hestknuckle. Das heißt, wir bräuchten auch noch einen Knuckle. Shit, okay. Probieren wir nochmal zu Glück. Roll the Dice. Übrigens, der World Buff, der wird langsam echt stark. XP, Penia, Item dropped right. Als nächstes gibt es noch Speed mit dazu. Und den Guardian Stuff troppen wir. Aber können wir was scrappen. Der bringt 15 STA. What? Okay, das ist krass. So, da ist der Gag. Irgendwie gicken halt echt sehr wenige Leute nur. Weiß ich nicht warum, aber verstehe ich nicht. Boah, ich habe halt versucht, einen 3D-Drucker auseinanderzubauen und zu verschicken an einen Freund, weil ich den verkauft habe. Weil der ist einfach schon alt. Und ja, also ich habe es gesehen. Ein Kumpel von mir. Oh, perfekt. Super. So, 100 Dev bringt der. Okay, ja, ich weiß nicht, wie es skalieren wird. Wahrscheinlich hat er gar nicht mal so krass. Mal schauen. Ich habe einen Kumpel, der hat sich einen neuen gekauft. Also einen der, ich sage jetzt mal wirklich, der hat eine neuen Generation. Also zuerst von Anycubic, dann von Bambu Lab. Also, da muss ich sagen, das war schon traurig. Für mich. Ich habe 2020 angekauft für 340 Euro. Anycubic Mega X, den großen. Und, naja, macht tolle Sachen und so an sich. Aber wir wollen heute nicht super. Macht tolle Sachen, alles soweit, soweit ganz okay. Okay, das Ding ist nur, er druckt halt super, super, super langsam. Also zum Vergleich, ich drucke in ungefähr, im Schnitt zu 55 Millimeter pro Sekunde. Klingt jetzt erstmal nicht so langsam. Der Drucker der zweiten Generation druckt mit 300, 400, 500 Millimeter pro Sekunde. Und, dabei muss man sagen, ist das Druckergebnis sogar noch besser. Allerdings, klein Disclaimer, die Anycubic, die günstigen, also Anycubic sind, alle halt günstig sind, also China-Drucker, die haben jetzt nicht so eine gute Druckqualität. Also, wenn man bei denen mit 300, 400 Millimeter pro Sekunde druckt, dann ist das Resultat nicht so wirklich ansprechend. Aber, naja, derjenige hat den dann zurückgeschickt und hat sich dann für 1500 einen von Bambu Lab geholt. Und, dann hat er eben mit bis zu 400 Millimeter pro Sekunde gedruckt. Und, das Ergebnis war Perfektion. Wirklich Perfektion. Also, wenn du den Plastikteil kaufst, aus dem Geschäft oder so, was halt irgendwie gegossen wird, so, so ein Ding ist das. So eine Qualität hat er das Ding. Und, wie gesagt, er druckt halt im Schnitt, ja, achtmal schneller als ich. Also, es gibt so ein kleines Benchmark-Boot, also ein Benchy. Dafür druck ich ungefähr, also, ich hab's probiert mit 70 Millimeter pro Sekunde, weil mir gedacht, so, ja, mal schauen, was so möglich ist. Resultat, absolut scheiße. Druckzeit, zweieinhalb Stunden, knapp drei Stunden, glaube ich. Wirklich absoluter Müll. Er druckt's in, ich glaub, 18 oder 20 Minuten. Perfekt. Wirklich perfekt. Und, dann hab ich halt für mich so beschlossen, okay, es ist, es ist Zeit. Weg mit dem Alten, her mit was Neuem. Und, naja, hab ich versucht, also, ich meine, der Drucker-Bee beschäftigt mich wirklich immer. Auf irgendeine Art und Weise frisst immer meine Zeit. Heute hat das, äh, vier oder fünf Stunden, glaub ich, von meiner Zeit gefressen. Äh, simpel und einfach, ähm, indem er einfach zu groß ist für jede denkbare Schachtel. Also, wir ziehen hier um. Wir haben Umzugschachteln. Wir haben wirklich dicke, große Umzugschachteln. Und der ist zu groß einfach. Das Ding hat eine, ähm, Breite von 55, äh, von 54 Zentimetern. Und so breit ist kein Umzugskarton. Ja, einen halben Meter breit. Das ist halt blöd. Und, ich hab halt versucht, äh, dann alle möglichen Kartons irgendwie zusammenzubasteln beziehungsweise abzumessen. Und, ähm, am Anfang dachte ich mir so, ja, wenn die Unterseite passt, dann passt auch der Aufbau. Nee, war halt nicht so. Und, ach, ja, daraus bestand dann mein Tag heute irgendwie. Aber, immerhin, ich hab mich ja zu dem gelöst, zumindest, zumindest geistig schon mal, noch nicht, ähm, noch nicht komplett. Und, dann hol ich mir eben auch einen von Bambu Lab. Ist übrigens auch chinesisch, aber halt qualitativ wirklich, äh, ja, krass gut einfach. Ist halt teurer, 750. Und, ja, das wird's dann. Ich mein, es wurde einer angekündigt vom CEO, ähm, dass, ähm, im Dezember 2023 sagten die, es kommt bald ein neuer, es kommt bald die zweite Generation von deren Druckern. Und, es dauert nicht mehr so lang. Das Ding ist, wir haben jetzt ab morgen Mai. Also, heute ist der 30. April. Wir haben jetzt bald Mai. Und es hat sich genau nichts getan. Das heißt, ich mein, ja, vielleicht, vielleicht will ich mich endlos ärgern, vielleicht kommt nächste Woche dann irgendwie, kommen neuer Drucker raus und ich denk mir so, fuck. Wobei, dann kann ich noch zurückschicken, aber, ähm, in drei Wochen zum Beispiel hab ich halt die Arschkarte gezogen. Ähm, ja, und da ist natürlich jetzt gerade die Sache, wo ich am überlegen bin, so ein bisschen, ähm, weiß ich halt nicht. Kann halt nach hinten losgehen, kann halt, keinem Lahn. Aber ich bin auch so jemand, ich mein, ich beschwemme immer das Leute, die halt dann sagen, ähm, ja, ich will, ich brauche eine neue Grafikkarte, aber in sechs Monaten kommt die neue, kommt eine neue Generation. Und warten die, dann ist es soweit, und dann sagen die so, na, das ist aktuell zu teuer, ich warte noch ein bisschen, ich werde bestimmt billiger. Und das Ganze ist immer so ein Zyklus, der sich immer und immer und immer wieder, äh, wiederholt. Und, ähm, ja, wisst ihr, ähm, sowas ist halt irgendwie echt ein bisschen blöd, und was macht eigentlich, das machen viele, aber, es ist halt blöd, einfach, in meinen Augen. Unique Armor 60. Wait, what? Äh, hä? Blueprint Unique Armor 60. Ah, ja, ist okay. Gut, wir brauchen einen Vita Was haben wir bei meinem Helm? Helm haben wir noch keinen. Das ist STA, ja, das ist STA, Craft. Dann brauchen wir Boots. Boots für STA, Boots haben wir noch keine, genau, Craft. Okay, mhm, was gehört denn noch alles dazu? Schilder kann man noch craften. Ne, ein Herzschild haben wir, glaube ich, oder? Schild, Schild haben wir, genau. Ähm, den Knuckle könnten wir noch craften, wenn das klappt. Mysterious Shining, das brauchen wir nicht. Guardian, die sind sogar günstig dann, die sind mega günstig. Ah, ne, stopp, 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 stopp. 10 Decks. Ja, wir brauchen sowieso das Ding. Ähm, Guardian Knuckle, nicht der, sondern, sondern, Guardian, Vita, hier, genau. Das Ding brauchen wir, dann brauchen wir nochmal so eine Rolle. Ähm, auch brauchen wir fünf Stück sogar, okay, ein bisschen teurer. Zwei, eins, und dann nochmal eins davon. Äh, Garden Knuckle, Mystical Vita, so, nochmal prüfen, er prüft, craft, was? Ach, komm, warum brauche ich jetzt hier für Level 5? Warte mal, warum? Ach, nein, da brauche ich eine andere Rolle. Oh, ich brauche Level 5. Okay, blöd. Normale Garden Waffen könnte ich so craften, okay. Ja, ist kein Ding, ist kein Ding, ist kein Ding. Äh, Level 7 brauchen die, warte mal, ist aber echt voll komisch. Sind doch alle Level 60, die brauchen Level 7, die brauchen Level 4, die brauchen Level 5. Hm. Aber, es macht eigentlich keinen Sinn, für eine 60er Waffe, länger, wobei, sind die gut? Ja, okay, die sind schon gut, ja. Aber man muss halt für die 60er Waffe länger warten, als für die 75er Waffe. Und die 75er Waffe ist, glaube ich halt, ach nee, ist auch 70er, hoppla. Aber die ist halt dann um jeden, äh, oder? Warte mal, die ist besser. Von 50 und 5 Prozent. Nee, die ist anders. Wobei, ist auch nicht so gut eigentlich, oder? Das ist mal schon eine Axt. Und die lassen es schon, einen Knuckle. Ah ja, stimmt, die sind nicht alle, stimmt, stimmt. Und dann nehmen wir zum Beispiel, einen Knuckle hier. Der Knuckle ist zum Beispiel, ja, gleichwertig ungefähr, ja. Nicht besser, sondern gleichwertig, ja. Na gut. Ähm, was fehlt eigentlich generell noch? Wir haben jetzt hier, Schmuck fehlt auf alle Fälle. Mit so vier Teile, sechs Teile, sieben Teile, haben wir dann sieben Teile, bringt welchen Effekt? Miliblock, sieben, acht Teile, ja, neun Teile, ja, neun Teile, bin echt gut. Kann ich Schmuck craften? Vergotten. Ist das hier das Richtige? Wait, das ist schon wieder zu viel. Hä? Warte mal, was brauche ich jetzt? Mystical Vita. Das ist, wie, warte, ich bin gerade verwirrt. Mystical, hä? Warte, 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 was? Vita Ring, Level 8? Warum Level 8? Uff. Hä, warte mal, es muss doch irgendwie, wenn das vergotten, vergotten ist. Level 30? Ein Speedo, Miliblock, 300 HP, kann man das zurück abnehmen? Strand, oh lol, oh lol, okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, irgendwie. Ich glaube, das eine, das kann man nicht craften, oder? Weil es gibt ja alles 20 Stats, äh, statt 10 Stats. Ja. Was bringt das Effekt hier? Oh, auch geil. Hm. Okay, das heißt, wir können das jetzt noch nicht craften. Okay, äh, Schilder haben wir ja schon, ähm, jetzt muss ich das eigentlich noch umtranzen. Ach, und der Becken. Ach, warte mal, das, das haben wir gerade als, als rares Ding bekommen da. Okay, das wird schon mal auch, äh, random gerollt dann. Interessant. Okay, hier gibt es das nicht. Hier gibt es auch einen, einen Collector neu. Ah, okay. Plus 10, habe ich gerade plus 10 gelesen? Hm, Trenzy Item, ich habe, ah, okay. So, Konzentration. Gut, dann müssen wir erwecken. Erweckt, glaube ich, ist okay vom Preis her, das ist nicht übermäßig teuer, aber auch nicht übermäßig billig. Ähm, sollte man es aber leisten können. Das Ding, das ich habe ein bisschen, warte, lass uns erstmal alles anziehen hier, wir haben es 15,3k HP. Das habe ich, das habe ich befürchtet. Genau das habe ich befürchtet. Scheiße. Also gut, wir können er noch erwecken. Aber es ist kein gutes Omen auf alle Fälle. Was sehen hiervon? Dann kann ich hier irgendwie, Gibt es den Quick Awake oder so? Okay. Ähm, fangen wir an mit den Hellen, würde ich mal sagen. Oh nein, ich kann es ohne direkt erwecken. Oh, ist das teuer, oder? Ist das teurer? Ist ja, wow, wow. Das ist nicht schlecht. Aber das ist nicht das, was wir brauchen eigentlich. Machen wir erst mal weiter mit der Suit oder so. Hm. Müsste müssen aufs Scale schauen. P300, behalten wir erstmal. Gowns, egal. Na, nicht egal eigentlich. Ja, auch mal okay. Schild. Das wird mega teuer. Oh nee, jetzt kriegen wir wieder so ne Scheiße. Gut, nochmal mit dem Helm neu. Der Helm muss das richten. Wisst ihr was? Wir machen es trotzdem mit den Awake Scrolls. Noch echt einige von anderen Scrolls. Hä? Ah, ich bin blöd. Oh, die kreisnervig. Fünf Wester. Das hasse ich immer. Das ist der große Nachteil an diesem System. In diesem Inventory-Tab-System. 17 N. Warum könnte es keine 17 STR sein? Flive, come on. Fünf N. Natürlich. Ja, ich habe überlegt, AOE zu spielen. Heißt doch nicht, dass ich jetzt nur, ah, okay. Ähm, nur AOE-Sachen, äh, nur AOE-Zeug herkriegen will. Ähm. Wo haben wir? Natürlich sind die Sunstones jetzt hier drin. Boah, das müsste doch irgendwo einen einfachen Weg geben, oder? Plus drei, super. Wie schaut es denn bei der Dev aus? Okay, wir haben sogar viel weniger Dev. Ich glaube, das Ganze wird echt eine ziemlich große Reihenfolge hier, wenn ich ehrlich bin. Nein, nein, nein. Boah, ich bin gerade echt ein bisschen skeptisch, ob das Ganze eine gute Idee war. Was haben wir jetzt? 15,3k HP? 16k HP, ja. Aber wie schaut es mit Attack aus? Oh Gott, 2,3k. Okay, 2,6k sonst noch. Ja, das ist, hm. 400 Tag ist natürlich schon auch eine Menge, muss man schon auch sagen. Hm, 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 hm. Was können wir noch machen? Was können wir noch anders erwecken? Die Boots, Boots gefallen wird auch noch nicht wirklich. Okay, hier haben wir noch was. 100 Council Awakening ist dann cool. Oh, Geld, wir haben Geld getroppt. Perfekt. Gut, dann können wir noch ein bisschen erwecken. Oh! Gut. Was haben wir hier drauf? Nichts zugleichen, gut. Äh, Schild. Ja, komm, oder? Schilden wir mal auch nochmal neu. Oh! Oh! Ich beschwere mich jetzt nicht, aber sowas bekommt man halt wieder aufs HP-Set drauf. Wisst ihr? Hier 28% Kritschaden auf 2 Teilen verteilt. Das kannst du dir halt einfach auch nicht ausdenken. 300PG ein bisschen mehr, glaube ich. Attack-Speed? Nee, nee. Jaaa, come on! Es ist witzlos. Es ist wirklich witzlos. So, was haben wir jetzt an Kritschaden momentan? Hm, wo ist es? 25%. 28%? Hä? Bringt das so viel durch den Effekt? Hat es so... Ah ja, okay. Ja, gut. Okay, was haben wir jetzt gewonnen? Wir haben effektiv nichts gewonnen. Wow. Wir haben effektiv jetzt eigentlich nur verloren. Und die Crit-Draht ist, glaube ich, komplett im Eimer, oder? Kann das sein? Ah, shit. Nee, warte mal, das Increase jetzt... Äh, so. Okay, wie viele Teile haben wir jetzt gehabt? Was war der Effekt momentan? Wir haben jetzt, ähm... zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Teile, sieben... Da haben wir noch nicht den AP... Okay, und noch nicht beide... Okay. Wir brauchen noch zwei Teile mehr. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal gicken. Ähm, und schauen einfach mal... Ups, nicht hier, nicht hier. Nee, hier ist nicht gut. Ähm... Und dann schauen wir einfach mal. Auch die Attack-Speed... Oh, die Attack-Speed ist mega schlecht. Ah, fuck, my life. Warte mal, hatten wir aber gerade eben auch schon, lol. 3000 Attack vs. 2,6k Attack. 2,5k Attack. Ja gut, aber wisst ihr was? Dann nehmen wir es einfach nur als... nur als Tank-Set. Ich mein, Death ist auch im Eimer. Mhm. Dann machen wir es so. Ist es halt wirklich nicht ideal und so, aber was willst du da machen? Huh, was war das gerade? Oh, Mystical SS-Shield. Mystical Mighty. Ja gut, aber es ist ja auch wieder nicht das, was wir brauchen und wollen. Was ist das denn eigentlich überhaupt für ein Ding? Fürs Dex-Set? Dex... Dex ist es? Was ist das denn für eine Meta? Kenn ich ja gar nicht. Ja, das macht halt irgendwie auch gar keinen Sinn irgendwie, oder? Ich glaube, das ist keine... keine Meta. Also, vielleicht ist es hier eine Meta, weiß ich nicht, aber... Äh, sehe ich jetzt gerade nicht so wirklich einen Sinn drin. So, natürlich sieht es ja wieder mau aus. Alter, 0.04 Uhr schon wieder. What the fuck? Die Zeit. Ich habe halt nichts geschafft. Ich war halt nur beschäftigt, Zeug anzupacken. Ach, Wahnsinn. Gestern war ich einen halben Tag beschäftigt, meinen Schrank auszuräumen. Ich komme mit nichts voran, einfach. Aber jo, der Schaden ist trotzdem gut. Der hat sich gut entwickelt eigentlich. Ja, ne Guardian Axe, klar. Das... Das haben wir jetzt eigentlich gewünscht auch. Ich weiß nicht, wie die späteren Dungeons sind, aber ich glaube, wir werden vielleicht sogar... Ich glaube, wir brauchen sogar noch einen Knight. Ich schätze, also gerade diese Team-Dungeons, die müssen wir, glaube ich, dann schon mit drei Charakteren formen. Von dem her... Wir sammeln auf alle Fälle mal für einen Knight noch. Damit es kein Knight mehr wird hier. Oh Gott. Na komm. Es braucht jetzt hier keine andere Farben. Ich farm jetzt hier. Warum ist nicht keiner da? Hm. Nichts gut. Hier laufen so viele Mops durch die Gegend. So ganz aufgewühlt. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, hier farmt jemand irgendwas. So. Und wir haben dann... Ja gut. Ist es nicht so, dass wir es nicht brauchen? Ganz im Gegenteil. So. Wir haben aktuell zwei Teile. Ab drei haben wir ab drei einen Effekt. Ne, noch nicht. Ab vierten hätten wir einen Effekt. Okay. Also, beziehungsweise die 100 Devs sind natürlich auch schon mal... äh, die 100 Attacks sind natürlich auch schon mal ziemlich geil. Ähm, die nehmen wir auf alle Fälle mit. So. 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 Wie schaut's aus? Da ist er. Da. Da gibt's manchmal so komische Spots irgendwie. Ich muss ja auch mal unbedingt irgendwie den kaufen. Eins. Hä? Ich versteh nicht. Ähm. Inventory Bags und so. Wait, nochmal nackst? Na gut. Jetzt mal scrappen. Ah, okay. Ein Prozent Crit Rate. Oh, einfach gar nicht getroppt. Auch nett. Da brauchen wir nicht nur STA-Teile. Zwei Stück brauchen wir noch. Sonst sind wir nicht happy. Aber die Kette bringt glaube ich auch noch AP, oder? Ähm. Moment, 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 Moment. Wo haben wir das Wiki hier? Items. Äh, Vita. Irgendwas mit Vita. Dolce Vita, oder wie war das? Necklace. 900? Oh, okay. Okay. Ja, dann ist das was anderes. Dann ändert sich aber ne ganze Menge. Wir können dann auch mal die, die, die Suit halt dann ein bisschen zockeln. Aber die hat ja auch sogar, äh, einen Anzockel drin. Deswegen haben wir auch so viel Attack mehr. Mhm. Also macht irgendwie jetzt nicht so viel aus, aber... Schon ein bisschen was. Mhm. Achso, Pat ist nicht draußen. Nice. Guardian Bow, Guardian Stick. Okay, nehmt mal mit. Das Ding rühre ich nicht an. Ja, es wird Sinn machen. Und ja, damit kann man auch ziemlich gut Geld farmen, I know. Genau. Aber ich weiß es nicht. Ich bin nicht so nur prozentig von überzeugt, irgendwie. Es hat viel Fooderei, viel... Ja, ich kann mir der AFK einstellen mit Ringmaster hinten dran, dann würde schon funktionieren. Ja, weiß ich nicht. Ich will jetzt auch nicht unbedingt... Achja, eben noch die anderen Ringe merke ich grad. Stimmt. Hm. Könnte man natürlich jetzt auch nutzen. 375. Ich meine, mit den Ringen können wir natürlich auch die Rangler killen. Das ging natürlich dann schon auch ganz gut ab. Ich nehme schon viel zu lang auf, ich hatte gerade 250 Minuten. Äh, wenn definitiv zwei Folgen werden wahrscheinlich. Die haben alle geile Effekte, die Sachen hier. Ich meine, der Tank RM ist vielleicht cool. Tank Ringmaster könnte schon auch, äh, abgehen. Ich meine, schauen wir mal den Effekt an. 15 STA, 5% HP. Was bringt ein Jagstier? Weniger. Naja, wobei. Na, nicht unbedingt. 500 HP glaube ich ist dann besser. Ja, definitiv. Und trotzdem. Ist jetzt not bad. Ich meine, natürlich, ich bin das Blacksmith. Das heißt, ich könnte auch von Ringmaster was craften. Ich könnte einfach mal ein Set craften. Hm. Da haben wir die Qual der Wahl. Vielleicht mache ich doch einen Tank Ringmaster. Und nichts getrapt. Nice. Ah ja, man akkumuliert wirklich schon ziemlich schnell sein Geld hier. Ich könnte auch mal ein bisschen anfangen, das Set hier zu appen. Äh, erwecken. Ja, appen auch und zockeln und whatever. Komm, machen wir's doch direkt. Ja. Ja, klar. Für die Gritrate. Na komm. Gib mir irgendwas cooles. 500 MP. Toll. 5% Grit Schaden ist nicht cool, aber... Naja. Hier geht noch ein bisschen mehr auf alle Fälle. 10% Speed, ja. Hm. Toll. Ich finde nur Grit Schaden eigentlich. Ja, das ist... Nee, Skill Damage. Das ist gut. Ja, komm. Hier hab ich noch was anderes. Das ist gut. Äh, Gaunt. Ja, Gritrate und Attack Speed war ganz cool eigentlich. Fürs Erste zumindest. Oh, es geht ziemlich ins Geld. Oh, es geht verdammt ins Geld. Shit. Da kommt irgendwas Gutes brauche ich noch. Ein bisschen besser muss es schon werden. Oh, come on. Attack Speed. Attack Speed ist erstmal besser als Gritrate. Habe ich gerade so für mich entschieden. Nee, ist wirklich besser. Weil, ich meine... Es ist halt legit mehr Damage. Also, die Attack Speed merkt natürlich jetzt schon echt ziemlich, finde ich. 9% haben wir drauf. Das merkt man. Das spürt man stark. Also, das definitiv. Kritschaden haben wir jetzt wie viel? 30%. Ist auch nicht so die Welt eigentlich. Aber, naja, passt schon. Achja, wir sind immer noch zum großen Teil für STA gestartet. Lol. Da ist ja was. Uh, die machen Schaden. Na, komm. Wir kriegen einfach nie was wir brauchen. Das ist zum Kotzen. Okay. Die Folge ist schon lange genug. Danke fürs Zuschauen. Wir gehen beim nächsten Mal weiter. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.